Ja, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Wir reden heute mal über einen einzelnen Duft und zwar einen Duft, der mich letztes Jahr eigentlich wirklich am meisten begeistert hat und am meisten geflasht hat. Es geht heute um den L'Opapier von Diptyque. Den schauen wir uns etwas genauer an. Und wenn ihr zum ersten Mal hier auf meinem Kanal seid, dann freut mich das natürlich. Wir sind gerade auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren könntet. Es kommen in nächster Zeit immer mal wieder Videos und würde mich einfach freuen. Wir machen mal folgendes und zwar, wir gucken uns den Lobpapier mal auf Parfumo an. Und zwar ist der letztes Jahr erschienen und ich habe den aber tatsächlich schon Ende 2022 in Berlin in der Diptyque Boutique riechen können. Und da habe ich den mit meiner Freundin zusammen getestet und der hat uns wirklich richtig, richtig, richtig gut gefallen. Und jetzt zu Weihnachten habe ich ihm dann, habe ich dann meiner Freundin den Duft dann geschenkt. Und ja, ich habe ihn heute hier. Sie trägt ihn heute zum Glück nicht. Ich kann ihn euch heute zeigen. Wir gehen deswegen mal folgendermaßen. Wir gehen mal rüber auf Parfumo und gucken uns da mal ein bisschen was dazu an. Also wie gesagt, der ist 2023 erschienen. Der wird von der Duftrichtung hier als cremig, holzig, synthetisch eingestuft. Ich würde da ehrlich gesagt Folgendes sagen. Ich finde tatsächlich, das ist für mich vergleichbar mit unter anderem den Le Musque et Le Peau von Pierre Guillaume. Also es ist ein, ich würde ihn als Hautduft bezeichnen. Also er ist wirklich wie so eine zweite Haut, die einen umgibt. Ich finde ehrlich gesagt auch sehr, sehr sinnlich. Also er hat auch gewissermaßen was leicht Erotisches, finde ich, zumindest wenn ihn meine Freundin trägt, weil er halt wirklich einen so wunderbar warm umhüllt und einen auch wirklich so ein Gefühl von Geborgenheit gibt, was ich in wenigen Düften bisher so erlebt habe. Und ich finde einfach, dass der, ja, dass da die Definition Molekülduft bei dem eigentlich wirklich ziemlich gut passen würde. Also ich würde ihn, wie gesagt, noch eher als Hautduft bezeichnen. Und ja, wir gucken noch mal, was Parfumo sagt. Die Duftnoten unter anderem Reisdampf, weißer Moschus. Da kommen wir gleich noch mal dazu, wenn ich euch dann auch mal grob die Zusammensetzung von dem Duft zeige. Weil die liegt mir nämlich vor. Gerösteter Sesam, helle Hölzer und Mimose. Und der wurde kreiert von Fabrice Pellegrin, der unter anderem auch den Sunshine Man gemacht hat, den Eau Duell, auch für Diptyque, jeweils in der Eau de Toilette und auch in der Eau de Parfum-Variante. Also er hat relativ viel für Diptyque gemacht. Hat ein relativ umfangreiches Arsenal an Düften. Also 266 Düfte kennt Parfumo. Und ist wirklich ein hervorragender Parfümeur. Und ja, wie gesagt, also die Leute, ja gut, das ist jetzt hier eine 5 von 10. Ähm, ja, aber für mich ist es, muss ich ganz klar, und wir gehen noch mal zurück. Für mich ist es ganz klar das Highlight des letzten Jahres, weil er halt wirklich diese unfassbar angenehme Art hat, dass er, äh, ja, dass er halt wirklich wie eine zweite Haut wirkt. Und wir können jetzt mal Folgendes machen. Ich blende euch jetzt mal, ich rutsche mal ein Stückchen rüber. Und ich blende euch mal, das habe ich jetzt erstellt, mal ungefähr die Zusammensetzung von dem Duft mal. Dass ihr, falls euch das interessiert, ungefähr verstehen könnt, wie so ein Duft wie zum Beispiel jetzt hier der Lohpapier aufgebaut ist. Also der besteht zu 25% aus Aisuisuba. Also ein Viertel des kompletten Duftes besteht aus Aisuisuba. Das ist, muss man ganz ehrlich dazu sagen, in der heutigen Parfümeurskunst ein relativ üblicher Wert. Weil man kann ja Düfte auf verschiedene Arten und Weisen aufbauen. Man kann Düfte auf Aisuisuba aufbauen. Man kann Düfte auf Hedion aufbauen. Macht man in der Regel mit sehr, sehr frischen, zidrischen Düften. Man kann Düfte auf Moschus aufbauen, was wir hier in dem Fall auch sehen. Weil der besteht zu 57%. Grob. Nagelt mich nicht auf die genauen Werte fest. Die Analyse, die mir vorliegt von einem befreundeten Parfümeur, hat das ergeben. Es kann natürlich sein, dass wenn man den gleichen Duft bei drei verschiedenen Firmen zur Analyse in den Auftrag gibt. Dass man da immer mal wieder kleine Unterschiede kriegt. Ob das dann nun 25% Aisuisuba sind oder 24% oder 23% oder 26% spielt in dem Sinne keine Rolle. Man versteht dadurch aber schon, wie der Duft strukturell aufgebaut ist. Dann haben wir hier halt 57% Moschus. Also über die Hälfte von diesem Duft besteht aus Moschus. Aus verschiedenen Moschus-Riechstoffen. Ich kann euch mal ganz kurz, ich gucke mal auf meine Analyse, wie viele das sind. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Moschus-Arten. Es ist unter anderem Ampretolite. Es ist eine riesige Ladung Ithylen-Brasilat. Es ist Globalite. Es ist Hexadecanolite. Es ist Makrolite. Es ist Maskinon, Maskketon und Xenolite. Also es sind wirklich sehr, sehr viele verschiedene Moschus-Synthetische Moschus-Stoffe, die hier dieses komplette Moschus-Konstrukt ergeben. Und in dem Fall ist es halt wirklich sehr, sehr weicher, sanfter. In dem Fall steht es ja auch in der Beschreibung von dem Duft heller Moschus, der sich sehr, sehr angenehm trägt. Und dann haben wir knapp sieben Prozent Amproxan. Ist tatsächlich relativ viel für so einen Duft, muss man ganz ehrlich sagen. Dann haben wir noch ungefähr, ich habe es jetzt hier nicht mit hingeschrieben, aber ich glaube, es sind so zweieinhalb Prozent von dem synthetischen Stoff Amberwood Forte. Das ist, wie der Name auch letztendlich sagt, ein Amberwood, ein heller Amberholz-Riechstoff, der relativ sanft ist. Aber das ist halt nicht so in diese Richtung Ambrosanite, nur Limbanol. Die finde ich sehr, sehr metallisch riechen können. Ich finde, Amberwood Forte oder auch Amberwood F genannt, ist relativ mild und relativ anschmiegsam. Man gibt dem Duft in diesem Fall halt hier diese leichte holzige Note, die dann natürlich durch das Eis-O-I-Suber nochmal verstärkt wird. Und die restlichen acht Prozent habe ich hier genannt als Modifier. Modifier sind in dem Fall kleine Mengen an sehr, sehr viel verschiedenen Duftstoffen. Ich kann euch mal ein paar unter anderem vorlesen. Also ich weiß, es ist Kumarin drin, es ist Ethyl-Vanilin, Ethyl-Maltol, Zitronellol, Aldehyd-C18, also Kokosnuss-Aldehyd in einer ganz, 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 ganz geringen Menge. Und das macht meiner Meinung nach diesen Duft hier so absolut genial, dass wir hier eigentlich eine Überdosis an Eis-O-I-Suber, Ambroxan und Moschus haben. Also wenn ihr euch das hier anguckt, das alleine nimmt ja schon, sage ich mal, knapp 92 Prozent des kompletten Duftes ein. Also eine absolute Überdosis, haben dann aber im Gegensatz zu dieser Überdosis auch noch ganz, ganz viele so niedrig dosierte Stoffe, die dem Duft aber wirklich so feintunen und dem Duft so das gewisse Etwas geben, um dann halt letztendlich dieser Duft zu sein, der er ist, dieser wunderschöne Hautduft, der ja wirklich auch an opakes Papier erinnert. Und da passt der Name, dann muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, sehr, sehr gut. Le Papier heißt für mich dann halt wirklich, es ist wie so, ja, wie so ein Blatt Papier, durch das man durchgucken kann, wie so eine Art, ja fast so wie so eine Art Reispapier. Und ja, ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn ihr auf Moleküldüfte steht, guckt euch den an. Wenn ihr auf Hautdüfte steht, guckt euch den an. Wenn ihr generell auf Moschusdüfte steht, im Gegensatz zu meiner Freundin, weil das ist das Kuriose, meine Freundin mag eigentlich gar keine Moschusdüfte. In dem Fall, warum auch immer, liebt sie ihn. Wenn ihr auf Moschusdüfte steht, guckt euch den an. Also es ist wirklich ein absolut genialer Duft, der, und dann kommen wir jetzt nochmal zur Haltbarkeit und so, kein Beast Mode Duft ist. Also der hält im Schnitt so seine sechs, sieben Stunden, ist meiner Meinung nach aber da die ganze Zeit präsent, umhüllt einen halt wirklich, ja, umhüllt einen wirklich wie eine zweite Haut. Ich kann mich da nur wiederholen. Es ist ein sehr, sehr angenehm, tragbarer Duft, der mich zum Beispiel nie stört, wenn ihn meine Freundin trägt. Der ist immer angenehm in der Luft, weil er halt aber auch nicht so schreit. Und ja, sechs, sieben Stunden Haltbarkeit würde ich dem jetzt attestieren. Die Silage ist eher zurückgenommen, was ja bei einem Haus, bei einem Hautduft auch Sinn macht, weil er halt wirklich eher so für die, ja, eher so für die näheren Begegnungen sind. Also wenn ich einer Person relativ nahe komme, dann kann ich den Duft wunderbar riechen, aber ich kann ihm jetzt nicht wie andere Beast Mode Dufte im nächsten Zimmer riechen und das will der Duft ja auch überhaupt nicht. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, wo ich ganz klar sagen muss, da ist mir Diptyque persönlich sehr sympathisch. Ich finde einfach die Preisgestaltung bei so einem Duft fair. Der kostet in den 100 Milliliter Flakon, kostet der, glaube ich, knapp 140 Euro. Ich finde, das ist, wenn man sich die Qualität anguckt und auch wirklich das Duftprofil, was den Duft hier so enorm ausmacht, ich mache übrigens mal wieder das Diagramm weg, dann ist das meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt. Ihr kriegt hier für 140 Euro einen Nischenduft, einen wunderschönen Duft, den ihr perfekt im Alltag tragen könnt und lasst euch nicht, das machen leider zu viele, lasst euch nicht von diesen Floskeln Eau de Toilette, Eau de Parfum abschrecken. Ich weiß, der hier ist als Eau de Toilette deklariert, ich bin mir aber ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass der eigentlich vom Ölanteil schon eher in Richtung Eau de Parfum geht. Also ich schätze den hier auf Ölanteil 12, 13, 14 Prozent und dann seid ihr eigentlich schon wieder im Eau de Parfum Bereich. Und lasst euch nicht immer so von diesem, ja aber für ein Eau de Toilette ist der zu teuer, lasst euch nicht davon irgendwie beeinflussen. Ihr müsst ihn selber probieren, wenn der auf, wenn der auf, wenn der auf, wenn der auf eurer Haut 18 oder 20 Stunden hält und ist trotzdem ein Eau de Toilette, ja was sagt das dann dann über die Qualität des Duftes aus? Also um es nochmal zusammenzufassen, ihr habt hier wirklich einen wunderschönen Hautduft, molekülartig, der den Träger wirklich den ganzen Tag wunderbar umgibt. Ihr habt hier eine Nischenmarke wie Diptyque, die ich persönlich relativ sympathisch finde, weil sie es mit den Preisen noch nicht komplett übertrieben haben. Und ja, da bleibt mir letztendlich dann nichts anderes zu sagen, außer, dass der Duft von mir wirklich eine ganz klare Empfehlung bekommt. Und ja, nicht zu Unrecht, auch irgendwo letztendlich mein Highlight 2023 war. Und mich interessiert jetzt natürlich, habt ihr den Duft schon riechen können? Wenn ja, schreibt mir einfach mal in die Kommentare, wie ihr euch gefallen habt. Habt ihr einen ähnlichen Duft, der vielleicht so als Hautduft durchgeht, wo ihr sagt, der umgibt mich auch wie so eine zweite Haut den ganzen Tag, umhüllt mich in so einem Schleier. Ich finde das wunderbar. Dann lasst mich das einfach mal in den Kommentaren wissen und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit und macht's gut. Ciao.